Für mich ist Public Eye ein wachsames Sperberaug. Public Eye legt den Finger in die Wunde dort, wo es bei der Globalisierung schiefläuft. Public Eye ist nicht nur der Blick, sondern auch der Kraft. Public Eye ist für mich leider immer noch eine unentbehrliche, aber auch eine unermüdliche Organisation, wo sich zu verschiedensten Themen international für mehr Gerechtigkeit einsetzte. Ich denke, dass ich Public Eye als ein ganz kleiner Baby war. Die Idee war genial. Am Anfang war es eine Art von Impot, proportionell auf den Reihenfolgen, dass die Leute bereit sind, zu bezahlen, damit die Schweiz einen positiven Rolle in der Welt zu spielen. Von der Erklärung von Bern zu Public Eye ist das eine ganz wichtige Linie, die weitergeht. Es geht darum, nicht einfach karitativ zu helfen, sondern bei uns diese Veränderungen, diese Strukturveränderungen in Gang setzen, die es für eine gerechtere Welt braucht. Die Schweiz macht ein kleines Land sein, aber gerade was, ja, was große Firmen betrifft, was internationale Konzerne betrifft, es ist ein Land, in dem wahnsinnig viel Macht konzentriert ist. Einmal weil die Firmen hier sind, und wir hier die Möglichkeit haben, auf sie einzuwirken. Und wenn man das mal sieht, rein vom Geld und den Mitbestimmungsrechten der Bevölkerung her, hat eine Stimme in der Schweiz verhältnismäßig viel Gewicht. Public Eye wird ein Arbeitsplatz machen, das die Politiker nicht machen werden, insbesondere, wenn ich denke, an den Anrufen, aber auch an die Kampagnen oder an die Mobilisation. Das Arbeitsplatz von Public Eye wird wirklich ein Thema vorgelegt werden. Public Eye macht nicht Journalismus für billige Schlagzeile, sondern geht, soll und muss so tiefer gehen, um wirklich tiefe Fakten ans Tageslicht zu bringen. In Ghana, I mean, we have achieved significant results. After the release of the Public Eye report, we mounted a lot of pressure on governments to ensure that the standards were reviewed. We couldn't have achieved all of these, you know, without the research output that Public Eye generated. Tristement, les autorités n'ont toujours pas le courage nécessaire pour intervenir. C'est pourquoi Public Eye continue d'être active et est toujours aussi nécessaire. Also, ich denke, la priorité des Public Eye est très grosse. Eben, weil ja Public Eye unabhängig ist durch die die Gelder, die sie von Spender überkommen. Ich engagiere mich für Public Eye weil ich wirklich das Gefühl habe, dass globale Gerechtigkeit bei uns anfängt. Das fühlt sich für mich fast in eine Bewegung an. Es ist nicht einfach nur Public Eye als Organisation, sondern es ist für mich wie eine Bewegung.